So, hey, ho und willkommen zurück hier, äh, wieder eigentlich Hindernis-Parcours, glaube ich, diesmal, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Nur, dass wir diesmal irgendwie mehr machen müssen mit Sprengladung und, ach, ich lasse mich überraschen, würde ich sagen. Richtig, lassen wir uns überraschen. Okay, ich habe wieder die Pistole dabei. Ja, ich habe alles. Vorstoß in 3, 2, 1, go. Sehr schön. Nochmal, weiter. Ich wollte eigentlich gerade noch nachladen, aber... Hinter uns sind noch Leute gewesen, glaube ich. Egal. Okay, jetzt Slowmotion nachladen. Ja. Sind das auch Feinde? Ja. Ey, den kann ich jetzt auf einmal nicht mehr messern, oder was? Bei anderen Mitspieler warten, go, go. Ja, wenigstens noch zwei Punkte gemacht. Wir sind hier die ganze Zeit geschlichen. Ja. Machen wir den nochmal, oder? Machen wir nochmal. Den machen wir nochmal, nur für euch. Noch mal spielen. Genau, diesmal nehme ich mir noch eine andere Waffe mit, die ein bisschen mehr Munition hat. 5-7. P-99. Ach, wird reichen. Alles klar. 3, 2, 1, go. Ich nehme rechte Seite übrigens. Alles klar. Dann nehme ich wohl links, he? Oh, jetzt habe ich aber echt schlecht geschossen hier, vor lauter Aufregung. Also, mit der Dessertriegel habe ich aber besser geschossen. Komm, mit der Linksaugung, klar. Nehme jetzt mal Cut. Linke Seite. Ja. Go. Schitt mich mal ab, ey. Da steht einer. Nein, go, go. Na, wieder nur. Jetzt hier, muss man jetzt mal ein bisschen... Okay, komm, einmal machen wir noch. Nur für euch. Einmal machen wir auch full, full Sterne und so. Also, eine Ladung an der Tür platzieren, wenn du soweit bist. Gib mal die Dessertiegel wieder. Wo ist sie denn? Hast du die jetzt? Nö, ich habe nur die MP sonst was. Und die P-90 nehme ich noch mit, warte. Nein, na. Alles klar. Ich versuche diesmal rechte Seite zu behalten wieder. Gut, ich nehme links. Oh. Das war peinlich. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Nein. Na, egal, besser war's. Wer hat denn da wieder den Zivilisten erwischt? Das war der Gorbo, der Gorbo, der Gorbo war's. Gorbo, Gorbo, Gorbo. Ja. Errungenschaft beigeschaltet. 5, 15. Ja, genau, du, 19. Gut, ich habe noch den Zivilisten mit erwischt, aber macht ja auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Hö.